Dienstverträge müssen grundsätzlich verlängert werden. Bei Regelverträgen ist es jedoch möglich, dass du bereits nach einem Dienstjahr um ein unbefristetes Dienstverhältnis ansuchst. Sonderverträge gelten nur für ein Jahr und müssen dadurch immer verlängert werden. Nach fünf Dienstjahren kannst du jedoch auch hier schon um Vertragsverbesserung ansuchen. Untertitelung des ZDF, 2020